Ich zeige euch heute mal, wie man ein Paket versendet an einer Packstation, wo kein Terminal ist. Das ist ja wieder neu, und zwar mit der DHL-App. Hier zeige ich euch mal, wie ihr Pakete abgebt an der Packstation, wenn gar kein Scanner da ist. Hierzu geht man an, man muss diese App runterladen. Dazu machen wir jetzt folgendes. Dann haben wir die Packstation. Jetzt machen wir mal so einen Code. Dann machen wir mal, öffnen wir die. So, alles akzeptierend. So, dann holen wir uns diese Google Play. So, viel Text, viel Text, viel Text. Jetzt kommen wir an unser schönes Paket hin. Dann, sagen wir mal, sagen wir mal hier, DHL-Retour. Also nochmal versinden, ohne Bildschirm. Wir machen einfach jetzt hier. Die Schirr-App zugeschickt. So, hier kommt wir mal kurz im Ball. Die Schirr-App verprägt. Was ist das na When? something ause zu machen. Kacke. Ah, passt ja gar nicht, Scheiße. Anderes Fach, was wählen? Fach schließen. Fach ist geschlossen. Wir nehmen XL. Rein damit. Sendung einlegen und schließen. Bestätigen. Einruferungsbeleg. Fertig. Einruferungsbeleg. 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 Einruferungsbeleg.